Moni, zeig doch mal! Hallo mein Lieben und du hast wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Moni Zeig mal Video. Ja ich habe wieder eine Umfrage bei Instagram gemacht und ihr habt mir wieder so viel Input gegeben was ich euch im bisherigen Paris zeigen soll. Ich werde wieder nicht alles abarbeiten können weil wieder so viel reingekommen ist aber ich versuche mein Bestes euch so viel zu zeigen wie möglich was ihr gerne sehen möchtet in diesem Video. Es ist durcheinander es kommt es kommt eins nach dem anderen und unsortiert ohne Thema einfach drauf losgeschnitten. Also viel Spaß beim Moni zeig mal! Moni zeig doch mal ein Update zu Fuentelen Oro ja was kann ich euch denn zeigen? Ein Bauzaun und eine Plane. Also es war ja eigentlich angedacht für Juni diesen Monat zu öffnen aber das haben sie jetzt einfach auf Sommer 2023 verschoben. Das heißt irgendwann in den nächsten Monaten wird es aufmachen. Ich vermisse dieses Restaurant schon denn ich hoffe auch dass es weiterhin Burritos geben wird. Hallo! Und ich versuche mal aber man sieht halt wirklich nichts. Ich versuche mal von nicht so viel außer Bauzaun also ja das Update zu Fuentelen Oro so viel kann ich euch gar nicht zeigen. Ich hoffe dass es beim nächsten Besuch vielleicht schon aufgenommen hat aber ich habe eher so Hoffnungen auf August. Moni zeig doch mal die Ohren. Ja ich bin im World of Disney und wenn ihr Ohren sucht bekommt ihr hier wahrscheinlich die größte Auswahl. Also hier bekommt ihr alles an einem Fleck. Ich zeig euch die aktuelle Auswahl Mitte Juni. Also das kann hier immer variieren aber das sind die aktuellen Ohren. Aktuell gibt es echt viele Ohren muss man sagen. Also einfach nur so schwarze. Dann gibt es noch die Minimaus Ohren, die glitzern. Natürlich die Standard Ohren. Die ganz neuen Prinzessinnen Ohren gibt es hier auch. Tiana, Belle, Jasmin. Das ist ein bisschen chaotisch, sieht man so schlecht. Aurora und Ariel. Das sieht man Jasmin ein bisschen besser. Dann haben wir hier Stitch, Simba. Die Pride, äh nicht Pride sondern Bright Ohren. Also die Ohren mit Schleier. Die sind auch heiß begehrt immer. Oft ausverkauft. Aktuell sind sie wieder da. Dann gibt es hier einmal die Schneewittchen Ohren. Dann gibt es die Frozen Ohren. Die gab es auch eine Zeit lang nicht. Jetzt muss ich mal weiter gehen. Ah genau, die gibt es hier auch noch. Einmal die goldenen. Goldschwarzen gibt es hier noch. Chip and Dale habe ich gesehen. Da muss hier ein bisschen rumlaufen. Chip and Dale gibt es auch. Jetzt muss ich wieder gucken, ob ich was vergessen habe. Ich glaube von ich habe noch welche. Ach doch, die wollte ich noch zeigen. Genau, die Decades Ohren mit Caballeros gibt es hier auch. Es gibt da noch diese Plastikdinger. Die habe ich eben in der Galerie gezeigt. Die gibt es hier aber nicht. Ja, ich glaube. Damit habe ich euch alle Ohren gezeigt. Ich habe euch angelogen. Es gibt noch zwei Paar Ohren, die ich vergessen habe. Und zwar die Disney 100 Ohren gibt es hier noch. Auch immer noch im World of Disney. Und die Pride Ohren gibt es hier auch noch. So, das war es aber jetzt. Moni, zeig dir doch mal dein Lieblingssnack. Also ich habe ja beim letzten Mal schon gezeigt, dass Popcorn eigentlich so der Snack ist, den ich sehr, sehr gerne mag. Und ich eigentlich mittlerweile bei jedem Trip eigentlich Popcorn kaufe. Ein weiterer sehr, sehr leckerer Snack, weil es ist für mich jetzt keine vollwertige Mahlzeit, sind diese Chicken Bites, diese Chicken Nuggets hier bei Cafe de la Bruce und dann gegenüber vom Hakuna Matata. Die sind wirklich sehr, sehr lecker und die schmecken uns allen. Also wir kommen auch sehr, sehr gerne hierher, um mal die Chicken Nuggets zu snacken. Weil sie halt ein Snack sind. Moni, zeig doch mal die Kinderspielplätze. Also Mehrzahl oder Plural kann man hier gar nicht aufführen. Es gibt eigentlich nur einen Kinderspielplatz hier im ganzen Disneyland Paris. Ich weiß gar nicht, ob es bei den Hotels welche gibt. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, da bin ich jetzt nicht so konform. Aber im Park selbst gibt es eigentlich nur den im Frontierland. Ganz hinten am hintersten Eck des Frontierlands findet ihr den Spielplatz. Hier ist leider extrem viel los. Ich kann jetzt hier nicht auf die ganzen Gerätschaften zeigen, aber es gibt ein bisschen was zu klettern. Es gibt Rutschen für die Kleinen, Klettermöglichkeiten. Wie gesagt, ich laufe da jetzt nicht durch. Aber ja, das ist der einzige Spielplatz hier im Park. Da sind andere Freizeitparks schon ein bisschen besser bestückt. Moni, zeig doch mal die Zauberstäbe, die es hier im Schloss gibt. Also es gibt ja unterm Schloss zwei Shops. Immer den Weihnachtsshop und einmal hier diesen Schmuck-Zauberstab-Schloss. Und hier werden die Zauberstäbe auch handgefertigt. Und ja, ich zeig sie euch gerne. Was macht man? Könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, was macht ihr mit diesen Zauberstäben, wenn ihr solche habt? Stellt ihr euch die einfach so ins Regal, wie hier? Oder? Ich wüsste jetzt nicht, was ich damit anfange. Es ist schön, mit diesem Mickey-Kopf hier vor allem. Also da. Aber das ist, glaube ich, ein Pride-Zauberstab. Hier gibt es auch verschiedene Zauberstäbe. Mickey, ich glaube, das ist Angel, Daisy, Stitch und Schön und das Biest. Und hier kann man sich wahrscheinlich dann einen aussuchen, so wie ich das verstehe. Genau. Und ach so. Und da kann man sich dann die Farbe aussuchen. Also die kann man ein-, also befüllen, wie man möchte, nach der Farbe. Hier gibt es auch noch Ariel. Und das ist, ich weiß nicht, was es ist. Das könnte Rapunzel sein. Hier haben wir noch verschiedene Mickey-Köpfe. Hi. Hier haben wir noch verschiedene Mickey-Köpfe zur Auswahl. Ja. Das sind die Zauberstäbe hier. Die kosten alle 50 Euro. Hinten gibt es noch welche. Hier könnt ihr wahrscheinlich verschiedene Variationen sehen. Hier ein von Jafar. Ist das auch ein Zauberstab? Kostet aber 90 Euro. Ein riesen Zauberstab. Auch für 90 Euro. Was soll ich das darstellen? Malificent? Was ist das? Ist das Kunst oder kann das weg? Ja. Aber wie gesagt, ich erfülle euren Wunsch und zeige euch gerne die Zauberstäbe. Ich finde, das ist die Deko, also das ist das Merch, was ich am uninteressantesten hier, glaube ich, aus dem ganzen Park finde. Einen in der Vitrine habe ich vergessen. Einen Olaf-Zauberstab. Der kostet aber 79. Sieht schon cool aus. Und Schmuck geht es hier in den Laden übrigens auch. Und Diademe. Aber die habe ich euch schon mal gezeigt. Eine Moni, zeig mal. Moni, zeig mal, wo man die Taschen während der Attraktion hin tut, damit sie nicht rausfallen. Na gut, ich weiß, It's a Small World ist jetzt nicht die Adrenalin-Attraktion, aber bei allen Attraktionen, bis auf einer. Und das ist RC Racer in den Walt Disney Studios. Das ist dieses Toy Story Auto. Bei allen anderen Attraktionen nimmt man die Tasche mit, zwischen die Beine und muss sie während der Fahrt festhalten. Moni zeigt doch mal das Update zu Rosalis Restaurant. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Ein Gerüst. Und wenn man mit dem Malang fliegen würde, wird man auch was vom Dach sehen. Ich habe bei Twitter gesehen, dass die das Dach jetzt weit fertig haben. Hier habt ihr nochmal die Konzeptzeichnungen. So wird es mal irgendwann aussehen. Ich glaube Ende des Jahres. Hier auch nochmal an der Seite. Sieht ganz schick aus. Ich bin sehr gespannt. Schauen wir uns das nochmal von außen an. Ja, so sieht das Ganze aus. Nicht so spektakulär. Es ist halt eine Baustelle. Wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt, ob sie bald aussehen wird. Moni, zeig doch mal deine OOTDs. Also meine Outfits of the Day. Was lasst du jetzt schon wieder? Ich habe schon lange schweiniges gesagt. Was denn? Du musst nicht mal... Ich dachte, das wäre irgend so ein Codewort. Was denn für ein Codewort? Das ist mein Ventilator. Der gehört auch zu meinem OOTD. Der ist vom Sinan. OOTD. Der ist vom Sinan. Der ist vom Sinan. Brina hat ihn mir netterweise mitgebracht. Weil... Weil... OOTD an! Auf jeden Fall mein erstes Outfit an diesem Wochenende. Das ist einmal der Ventilator. Ein Lager. Das Schön und das Biestkleid. Wisst ihr? Simone hat kein Bügeleisen. Doch, ich habe es vorgestern Abend gebügelt. Das ist drauf gesetzt. Aber im Koffer ist es wieder verschrumpelt. Ja, ist übrigens von Cakeworthy, das Kleid. Und die Rosenohren sind von Amazon. So, jetzt muss ich aufhören, weil jetzt ist das verbotene Lied. Ohren. Ohren. Haarreif. Haarreif. Egal, wir müssen jetzt aufhören, weil die Musik ist verboten. Nein, die Musik ist verboten. Mein zweites Outfit of the Day, OOTD. Der Ventilator ist derselbe. Jetzt zur Pride habe ich einmal dieses Pastel-Bomborg-Kleid von Chi-In an. Mit den Ohren, die habe ich bei Shop Disney mal gekauft. Und der Rest ist dieselbe. Da ich ja mit Handgepäckflieger habe ich jetzt nicht so viel Auswahl an Schuhen dabei. Eigentlich nur ein Paar. Und dieselbe Tasche. Zweites Outfit. Morgen gibt es ja noch das Letzte. Ja, mein letztes Outfit of the Day an diesem Wochenende ist dieses rosane Erdbeer-Outfit mit Mini-Maus. Und dazu fehlt noch, war es eine Sekunde? Es ist einfach zu warm. Aber für die Fotos habe ich es angezogen. Und zwar dieser Cardigan von Chi-In. Mit so Erdbeeren drauf. Aber wie gesagt, es ist einfach zu warm. Dann, Ohren und Rucksack sind von Shop Disney mit Mini-Maus. Und da passt eigentlich echt viel rein. Also, wir haben gestern hatte den Briner auch schon an und da ist so viel drin. Klappt man gar nicht. Aber fast... Man kriegt es nur schwer wieder raus. Man kriegt es schwer wieder raus. Aber trotzdem, also, ich habe fast alles dabei, was ich eigentlich auch in dem großen Rucksack dabei hätte. Richtig gut. Tasche wie immer wegen Gepäckproblemen dieselbe wie in den letzten Tagen von Launschweil. Das kleid. Uh, ich bin schon wieder... Ich habe heute keinen Ausschnitt an und die Brüste wollen halt schon wieder raus. Was ist denn da passiert? Dafür hast du heute wieder Brüste. Oh nein! Eine Sekunde bitte. Entschuldigung Simone, du hast hier ein bisschen Tomatensauce gekleckert. Ich weiß nicht, aber gestern war es auch morgen für den Belle-Kleid. Keine Ahnung. So, ich weiß nicht, wovon das Kleid ist. Kannst du mal gucken, Dila? Du Erchenhof. Ausländisch. Ausländisch. Jas mit A. Jas mit A. Ich kann von About You oder Zalando sein. Ja, und die Ketthoek gibt es übrigens hier im Dissens Paris. Okay, weg! Ich soll weggehen? Nein, das ist eine Bina oder sowas. Ja, das waren meine Outfits dieses Wochenende. Moni, zeig doch mal den Fotospot von Mini-Chippendale. Ja, also ich glaube, du meinst, also derjenige, der die Frage oder die Aussage getätigt hat, glaube ich, meint hier den direkt beim Cowboy-Cookout. Also, wenn ihr im Frontierland seid, das ist das Restaurant Cowboy-Cookout. Das könnt ihr in der App ganz einfach nachvollziehen. Da ist auch das Theater für die Lion King Show. Und hier, wo die ganzen Menschen jetzt anstehen, wo ich mich auch einstelle, ist der Fotospot für, oder der Charakter, das Charakter Meet & Greet für Mini, manchmal mit Pluto und Chip and Dale. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt heute, ich glaube, heute ist sie alleine. Pluto ist nicht dabei. Aber ich stelle mich jetzt hier an, denn ich habe heute einen Mini-Rucksack dabei und ich glaube, da freut sie sich. Moni, zeig doch mal, wo es Mickey-Waffeln gibt. Also, im Disneyland Park gibt es eigentlich nur eine Stelle, wo es Mickey-Waffeln gibt zurzeit. Und zwar beim Cool Post. In der Nähe vom Conor Hartys Outpost gibt es hier Mickey-Waffeln für 5 Euro. Also, hier gibt es drei kleine. Es gibt auch noch diese große Waffe, aber die gibt es, glaube ich, nur in den Studios. Hier im Disneyland Park leider nicht. Moni zeigt mal das Restaurant, wo man mit den Prinzessinnen essen kann. Und Moni zeigt mal, welche Prinzessinnen denn bei euch beim Frühstück im Aubergue de Sandrillon waren. Also ja, Aubergue de Sandrillon ist das Prinzessinnen-Restaurant, sage ich mal so. Hier kann man mit den Prinzessinnen zu Frühstück essen, aber auch Mittag und Abend essen. Und es kostet natürlich unterschiedlich. Morgens das Frühstück kostet zum Beispiel 60 Euro, wenn ihr kein Hotelgast seid als Erwachsener. Und das Mittag- und Abendessen kostet jeweils 95 Euro pro Person. Also, es ist kein günstiges Restaurant zum Essen, aber hier könnt ihr mit den Prinzessinnen essen. Mittags und abends habt ihr meistens Minimum vier Prinzessinnen, aber es können tatsächlich auch mehr werden. Unter anderem vielleicht die Mäuse von Cinderella oder Mini im Burgfräulein-Outfit. Und morgen zum Frühstück hatten wir drei Prinzessinnen, das variiert natürlich auch. In unserem Fall waren Aurora, Cinderella und Schneewittchen da, aber wir haben auch gehört, dass auch sogar Mini mal im Burgfräulein-Outfit morgens da war oder Jasmin. Das weiß man vorher leider nicht, da muss man Glück haben, dass die Lieblingsprinzessin zufällig da ist. Aber man spart sich hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Wartezeit. Im Gegensatz zum Beispiel zum Prinzess-Pavillon und man bekommt hier direkt mehrere Prinzessinnen auf einmal. Aber man muss tief in die Geldtasche greifen. Moni, zeig doch mal deinen liebsten Fotospot. Ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Moni-Zeig war schon gezeigt habe, aber das ist der hier. Direkt beim Schloss Isar, also da ist die Brücke. Und da ist der Fotospot, wo die ganzen Menschen auch stehen. Denn dort kann man Bilder machen in diesem runden Ding und da hat man eigentlich fast keine Menschen drauf. Nur die über die Brücke gehen, aber das ist einer meiner oder einer unserer Lieblingsfotospots hier im Dissern-Paris. Moni, zeig doch mal Depperdance-Haircuts und die Öffnungszeiten. Ja, ich suche gerade selbst die Öffnungszeiten. Das ist der Friseursalon oder der Friseur-Bad-Trim-Schneidesalon hier auf der Mainstreet. Nur für Männer. Und ich weiß nicht, wo die Öffnungszeiten hier stehen. Vielleicht im Emporium. Ah, da kommt jetzt gerade jemand rein. Da ist gerade auf jeden Fall jemand drin. Ja, so sieht es innen drin aus. Ich gucke mal vom Emporium, ob es da die Öffnungszeiten gibt. Man braucht aber auf jeden Fall einen Termin. Also wenn ihr hier reinkommt und euch den Bart schneiden lassen oder die Haare, braucht ihr auf jeden Fall einen Termin vorher. Daniel wollte es ja einmal machen, am selben Tag. Hat leider nicht geklappt. Wir haben gesagt, er soll am nächsten Tag vorbeikommen mit Termin. Ja, aber da war es dann auch zu spät. Und ich gucke mal vom Emporium, ob da die Öffnungszeiten drinstehen. Hier kann ich es auch noch mal besser zeigen. Aber Öffnungszeiten sehe ich hier auch keine. Ich frage mal gleich den Castmember, der da ist. Was denn hier so die Öffnungszeiten sind. Also ich habe ihn jetzt mal gefragt und er war jetzt nicht so gut in Englisch. Er meinte, es hat normalerweise von 11 bis 8 Uhr geöffnet. Und heute aber irgendwie bis 9 Uhr. Keine Ahnung, vielleicht weil er heute Sonntag ist. Aber generell von 11 bis 8 Uhr. Wenn man ihm glauben kann. Moni, zeig doch mal die Raucherecken. Ja gut, was soll ich euch hier zeigen? Es gibt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Raucherecken. Wo alle, also ich zeige euch jetzt hier in dem Video, wo jede Raucherecke ist. Das wäre too much. Es gibt alle in der Disneyland Paris App. Alle Raucherecken sind dort auch verzeichnet. Und ja, überall ist ein Smokingzeichen. Da sind meistens Bänke, natürlich Aschenbecher, Mülleimer. Sie sind oft sehr schattig. Also wir setzen uns auch tatsächlich einfach oft in eine Raucherecke. Weil es meistens dort Bänke gibt und sie halt im Schatten platziert sind. Und beim Frontierland ist auch einer der Lieblings, unserer Lieblingsraucherecken. Direkt bei den Toiletten auch. Da setzen wir uns auch gerne mal hin, weil da ist auch ein bisschen kühler. Und ja, aber sonst gibt es an diesen Raucherecken nichts Spektakuläres. Es sind halt Ecken, wo man halt rauchen darf. Ansonsten ist ja Rauchen im Park nicht erlaubt. Nur in diesen Raucherecken. Moni, zeig doch mal, was in deiner kleinen Tasche so drin ist. Und in deiner großen Tasche. Ja, es ist wahrscheinlich die unvorteilhafteste Position, die man einnehmen kann. Aber ich sitze jetzt hier vom Bahnhof und warte. Wollte es eigentlich im Village. In meinem Village läuft die ganze Zeit Musik. Und dann gibt es wieder Ärger von YouTube. Deswegen habe ich mich jetzt hingesetzt. Ich sitze auf meinem Handgepäckkoffer. Deswegen so weit unten. Und die Leute laufen nicht ganz vorbei, aber ist mir jetzt egal. Also ich zeig euch jetzt, was in meiner kleinen Tasche so drin ist. Was ich immer so dabei habe. Und in meiner großen Tasche. Fangen wir an mit der kleinen Tasche. Ich habe ja immer eine Umhängetasche um. Plus Rucksack. Plus nochmal so eine Tasche. Die habe ich auch immer dabei. Also ich trage eigentlich immer drei Taschen mit mir rum, wenn ich in den Parks unterwegs bin. Und das ist eigentlich in jedem Park. Egal ob jetzt Sissland oder Europapark oder Französerland. Was ich drin habe ist ein Handy. Und ich habe immer noch ein zweites, was immer hier drin ist. Dann kommen wir da zugleich. Also wie gesagt, einmal mein Handy. Das ist mein privates, nicht Instagram Handy. Da schreibe ich z.B. mit Brina und Daniel über WhatsApp. Und meinem Freund, meine Mama etc. Und da ist auch noch meine deutsche Nummer drin. Also ein normales Android-Phone. Dann habe ich meinen Geldbeutel. Meinen deutschen Geldbeutel. Mittlerweile habe ich auch immer zwei Geldbeutel. Beide andere sind im Koffer. Mit dem Schweizer Geld. Mit meiner Schweizer Karte. Mit meinem Ausweis. Und hier habe ich alles, was Deutschland betrifft. Noch eine Deutsche Bankkarte. Kreditkarte, Ausweis, deutsches Euro-Geld. Weil hier in Frankreich mal ein Euro. Also einmal Geldbeutel. Da ist übrigens von Kate Sprayt von New York. Den habe ich in meinem Sale gekauft. Der ist richtig süß. Dann habe ich natürlich auch in meinem Taschentüchter drin. Einen Kuli. Den habe ich übrigens von Nina geklaut. Also nicht geklaut, das hat er mir gegeben. Und die haben mir vergessen, Drücke zu geben. Plus einen Titzzettel für z.B. Moni-Zeigmal. Da schreibe ich mir mal alles drauf. Was ihr so mir sagt. Und dann streiche ich das mal durch. Damit ich sehe, was ich noch abzuarbeiten habe. Das habe ich auch z.B. für andere Themen. Ich schreibe. Ich bin mal so ein Papierfreak. Tatsächlich. Dann meine Jahreskarte habe ich hier. An einem Bändel dran. Das zeige ich mit Fotopass dran. Dann habe ich jetzt Earpods. Da fehlt mir die Oberkappe. Ich finde diese Hülle irgendwie unpraktisch. Also ich finde die ja süß mit Mini. Und die hat oben so Ohren. Aber die fällt immer ab. Weil das so locker ist. Ja. Also einmal Earpods. Das habe ich jetzt nicht im Park. Aber habe ich halt für die Reise. Dann mein Lippenstift. Wenn ich aktuell drauf habe. Von Maybelline. Super Link Vinyl Nummer 10. Und ich hoffe es fängt nicht gleich an zu regnen. Weil es zieht hier ganz schön zu. Und es fängt an zu stürmen. Dann habe ich nochmal Kopfhörer dabei. Das sind aber für Android. Für mein Tablet. Und für mein anderes Handy. Wenn ich jetzt gleich schneiden werde am Flughafen. Dann brauche ich nämlich Kopfhörer. Ich habe auch Bluetooth Kopfhörer. Aber die habe ich in der Schweiz gelassen. Dann mein Wimpernkleber. Falls irgendwann sich mal was ablöst. Das passiert manchmal. Eine Handcreme. Die finde ich ganz gut. Es gibt auch noch eine von Ivera. Aber die ist leer. Dann habe ich hier meinen Lippenbalsam. Den finde ich auch super. Von Aloe Vera. Mit Jojoba. Dann habe ich ein paar Frauenartikel hier. Und Bonbons. Die ich irgendwo mitgehen lassen habe. Irgendwo gab es gratis Bonbons. Ich kann mich... Ah, in der Lounge am Freitag. Wo ich im Flughafen war. Genau. Bin noch ein paar Bonbons mitgehen lassen. Ja. Das war schon mal die kleine Tasche. Jetzt packe ich hier wieder alles ein. Und ich glaube, ich habe schon ein paar Tropfen gespürt. Aber packen wir das jetzt mal ein. Solange es nicht in Ström regnet, ist ja alles in Ordnung. Und ich gucke die Leute gar nicht an, die hier vorbeilaufen. Weil die denken bestimmt, was macht sie hier eigentlich? Warum sitzt sie hier und packt ihre Tasche aus und redet mit einer Kamera? Aber so ist das. Irgendwann muss man halt da schmerzfrei sein. Ja, dann habe ich wie gesagt immer die Tasche dabei. Da habe ich eigentlich alles drin, was ich griffbereit brauche. Wie unter anderem die Kamera, die da jetzt steht. Die habe ich immer hier drin zum Filmen. Ich habe die kein... Worte immer in der Hand zu halten. Dann stecke ich sie da rein. Dann habe ich mein iPhone, mit dem ich Instagram mache. Und auch alle Fotos und alle Hochkant-Videos mache ich immer mit dem iPhone. Und das habe ich auch immer griffbereit hier drin. Hier ist zwar immer eine Schnur dran. Aber da ich so bepackt bin und mich dann immer ausziehen muss und so mit der Schnur verhäldere ich mich nur. Und so, ich beiße es rein, hängt die Schnur raus. Dann kann es einer meiner Schnur rausziehen. Gerade hängt aber auch noch die Powerbank dran. Genau. Also kann man schon mal rausholen. Powerbank ist eigentlich dann im Rucksack mit drin. Ich habe immer zwei dabei. Man weiß ja nie. Dann habe ich aktuell noch meine Sonnenbrille hier drin. Auch griffbereit. Immer auch mit Etui. Das ist, wenn wir irgendwo reingehen oder irgendwas fahren, dass ich die immer irgendwo reintun kann. Die hatte ich heute an. Ich habe auch mal einige gefragt, woher die ist. Die ist von Karl Lagerfeld. Die habe ich bei Fashioned mal gekauft. Aktuell, weil es heute so warm war, habe ich auch noch mal Fächer hier drin, den ich bei der Pride gekauft habe. Dann noch der Deckel von der Kamera. Das ist hier drin. Und mein Carrot Cake, den ich gerade bei Starbucks gekauft habe. Dann habe ich da oft noch Wasser drin oder was zu trinken, wenn ich mir eine Cola kaufe oder so. Alles, was ich so griffbereit halt brauche. Genau. So, das war jetzt noch die andere Nebentasche. So, jetzt kommt das Große. Wird ein bisschen längerer Part mit Moni. Zeig mal. Aber machen wir doch gerne. So, die können wir schon mal wieder umhängen. Also, ich habe immer so jetzt, vor allem wenn ich mit, ist hier unten nass. Und jetzt ein bisschen nass. Woher? Ich glaube, die stand bei Starbucks auf dem Boden, da war ein bisschen nass. Ich fliege hier heute und deswegen habe ich für das Flugzeug immer einen großen Rucksack dabei. Weil ich, weil ich gleich sehe, noch meine Flüssigkeiten hier drin habe und auch immer alles Mögliche unterpacken kann. Wenn ich zum Beispiel mit TGW kommen würde und größeren Koffer dabei hätte, würde ich nicht so einen Riesenrucksack mitnehmen, weil der ist echt groß. Ja, ist von Herschen. Hab ich offenbar Feschnit gekauft. Und ihr seht an der Seite meine Filterflasche von Philips. Die ist immer mit dabei. In jedem Freizeitpark kann man das Wasser einfach auffüllen. Und ja, da ist ein Filter drin. Und da schmeckt man das Chlor nicht mehr raus. Also die ist dabei. Fangen wir vorne an. Vorne haben wir einmal Sonnencreme. Einmal Q-Tips, vor allem wenn ich schwitze, dann verschmiert das und dann muss ich das mit den Q-Tips immer wegmachen. Eine Mini-Maus, Haarbürste und Spiegel von Primark. Jetzt fällt es hier schon um. Make-up von Kiko mit dem passenden Pinsel. Hat mir Daria mal geschenkt. Ich habe in meinem Heimhaus schon dabei. Ibuprofen. Kann man immer gebrauchen. Blasenpflaster, vor allem für meine ganzen anderen Ladies. Ich benutze sehr selten Blasenpflaster. Aber besser haben als nicht haben. Dann Aromat. Mein neues Go-To. Mein neues Ding, was ich immer dabei habe. Und die anderen feiern mich auch dafür. Weil oft ist es ja nicht gut gewürztes Essen. Und ja, deswegen so kleines Aromat gibt es in der Schweiz zu kaufen. Ich liebe es. Ich bin voll der Fan von, vor allem mit Eiern. Noch mal Taschentücher. Und. Ah, jetzt kommt's. Ich habe so Braschsticks dabei. Für die Zähne. Weil. Jetzt kommt bestimmt Informationen, die ihr gar nicht wissen wollt. Ich habe letztes Jahr einen Zahn gezogen bekommen. Hier hinten. Und der wird jetzt im nächsten überkronet. Aber da ist halt im Moment seit einem halben Jahr eine Lücke. Und irgendwie ist da meine Zahnlücke größer geworden. Vor dem Zahn. Also wo noch Zahn ist. Und die ist größer geworden. Und ja, seitdem habe ich jetzt immer so Sticks dabei. Weil da irgendwie immer was drin hängen bleibt. Sehr interessante Information. Ich weiß, wollte ich euch unbedingt mal mit euch teilen. So, das war jetzt das Fach vorne. Also das habe ich so immer dabei. In jedem Freizeitpark. Dann. Jetzt kommt der große Teil. Irgendwie haben sie geschrieben, weil da eine Ente geflogen ist. Meine Flüssigkeiten. Für den Flieger. Weil ich wie dann bei der Sicherheitskontrolle direkt aus dem Rucksack packen kann. Dann habe ich mein Tablet immer dabei. Mit dem ich auch schneide. Ich habe ein Samsung Tablet. Ich weiß nicht welches es ist. Tab irgendwas. Tab 6 glaube ich. Ja. Mit dem schneide ich. Das habe ich dann auch oft dabei. Heute jetzt nicht im Park gehabt. Aber gestern zum Beispiel. Als wir bei der Pride hier waren. Damit ich auch auf dem Weg mal im Park schon mal was schneiden kann. Meine zweite Powerbank. Als Reserve. Oh, dann habe ich unser Foto hier noch drin von gestern. Dann habe ich meine Osmo Pocket immer dabei. Als Backup. Falls die Kamera kaputt gehen sollte. Aus irgendwelchen Gründen. Und mit der Osmo filme ich meine Merchandise Videos. Weil ich schon immer so wackele. Und das Wackel nervt mich. Und die hat halt Stabilisation. Also Merch Videos filme ich immer mit der. Die habe ich aber auch als Backup wie gesagt dabei. Und ich habe noch eine GoPro dabei. Meine 8er. Ich weiß nicht warum. Ist mir am Flughafen aufgefallen, dass ich die dabei habe. Hat aber keinen Sinn. Also, das habe ich jetzt nicht immer dabei. Und ich habe noch irgendwas Wichtiges da drin. Haarklammern. Was ich mir meine Haare zurücksetzen möchte. Nüsschen von gestern. Kann ich mal hier reinschmeißen für ein Flugzeug. Und ich habe doch ein Kuli dabei. Nina tut mir leid. Ich habe ein Kuli dabei gehabt. Und das von gestern von der Pride. Das muss ich auch mal da reinwerfen, dass ich das nicht immer mitschleppe. Genau. Das war schon mal hinten drin. Bild immer das Verstaunen. Tablet. Hotbank. So. Dann habe ich hier immer so einen Putzdruck dabei, um die Linse sauber zu machen. Weil die verditscht bei mir mal ganz schnell. Mein Cardigan, den ich heute zum Outfit hatte. Ein YouTube-Beutel, den wir bei der Pride bekommen haben. Mein Brillen-Etui, weil ich mir gleich die Kontaktlinsen rausnehmen möchte. Meine Brillen anziehen möchte. Aber die habe ich sonst nicht im Park dabei. Das ist jetzt nur, weil ich jetzt gleich nach Hause fahre. Dann, was ich immer... Kumi-Bärchen. Ich habe ja immer Angst zu verhungern. Deswegen habe ich eigentlich immer was zu essen dabei. Ist tatsächlich so. Und die habe ich jetzt mal bei dm gekauft. Kann ich auch später nachschieben. Zuhme auch mal da mal rein. Dann, was ich auch immer dabei habe, sind meine Sitzkissen. Für die habe ich euch auch schon so oft Werbung gemacht. Geht's bei Amazon. Kann ich euch gerne auch unten verlinken. Auch die Flasche. Gibt's diese Camping-Sitzkissen. Kann man aufblasen und dann sich da draufsetzen. Und wenn man auf Paraden wartet, auf dem Boden sitzen möchte, kurz Pause machen möchte, sind diese wirklich Gold wert. Habe ich immer dabei. Zwei Stück. Aber ich glaube, meine lassen langsam nach. Ich muss mal neue bestellen. Weil da geht die Luft immer schnell raus. Aber die waren auch wirklich sehr, sehr oft benutzt. Also davon habe ich zwei immer dabei. Falls irgendeiner jemand die vergisst. Dann habe ich meine Wimpernverpackung dabei, damit ich die Wimpern gleich abziehen kann. Und was habe ich da noch? Genau. Mein IT-Beutel. So nenne ich ihn. Aber ich muss ja gerade mal den Deckel von den Wimpern suchen. Weil die muss ich gleich auch mal rausholen. Also Sitzkissen. Komm wieder hier rein. Dann habe ich da unten nochmal Taschentücher. Und irgendwie eine Waterproof. Das kann man auch mal wegschmeißen. So komme ich auch mal dazu, meinen Rucksack aufzuräumen. Lappen. Und ja, das ist so mein Computer. Mein Computer. Mein Kamerabeutel. Da ist dann halt mein für das Tablet der Adapter, dass ich die SD-Karte anschließen kann. Ersatz-Akkus, SD-Karten für das Tablet hier so Dinger, falls ich den Adapter vergessen habe, um das daraus zu wechseln. Kopfhörer sind hier nochmal drin und alles Mögliche, was man so zum Film braucht. Und das habe ich in so einem Kosmetikbeutel auch immer dabei. Und das war's. Das sind immer so meine Hauptsachen, die ich immer dabei habe. Im Freizeitpark. Aber jetzt ist es dann einfach wie so ein anderer Abfahrt. Genau. War jetzt ein bisschen länger der Akt, aber Schockes hat euch gefallen und weitergeholfen. Moni, zeig doch mal den TGW. Okay. Gerne. Da kommt er. Ist halt ein Zug. In dieser Fährt 10 Minuten bis zum Flughafen. Ist sehr lang. Moni, zeig doch mal Klamotten. Ja, dafür müsst ihr am besten ins Fashion gehen im Village. Denn, ja, das ist ja mein Lieblingsstore und hier gibt es nur Klamotten. Also nicht nur, aber wenn ihr Klamotten sucht aus irgendeiner Kollektion, dann müsst ihr hier vorbeischauen. Es gibt Oswald, es gibt Spirit-Jersees, es gibt neuste Kleider. Hier wird das Ariel-Kleid. Und, ja, wie gesagt, immer die neuesten Fashion-Kollektionen findet ihr hier auch, wie jetzt durch Minimaus. Hier gibt es so Nachtwäsche, T-Shirt, ganz viele verschiedene T-Shirts. Wie gesagt, auch die Spirit-Jersees, also jetzt nicht alle. Jetzt durch die neue Star-Wars-Kollektion gibt es hier auch. Also alles an Klamotten könnt ihr im Disney-Fashion finden. Aber neue Sachen sehe ich hier leider nicht. Aber ich schwenke trotzdem kurz mal durch. Das Kleid habe ich ja hier. Und was ihr hier seht, das habe ich schon mal in irgendeinem Merch-Video auf jeden Fall gezeigt. Also schaut euch die anderen Merch-Videos an. Da gehe ich auf die Preise ein. Und, ja, was jetzt hier alles so hängt, habe ich auf jeden Fall schon mal in irgendeinem Merch-Video gezeigt. Inklusive Preise. Eine Männer-Sektion gibt es hier übrigens auch, aber die ist nicht so groß. Die Frauenabteilung ist schon größer. Hier gibt es auch die Euro-Disney-Kollektion. Und natürlich gibt es hier auch Pandora. Moni, zeig doch mal die Pandora-Charms, die es hier gibt. Also ich kann euch nicht alle zeigen, das wäre viel zu viel. Ich kann mal hier so rüber schwenken, was es hier so gibt. Es gibt nur die ganz normalen, die es auch online gibt. Also wenn ihr Pandora-Charms online seht, dann findet ihr hier wahrscheinlich auch. Aber es gibt auch Parks-Exclusive und das habt ihr auch gefragt, ob ich das zeigen soll. Das habe ich schon mal gezeigt. Schaut mal in einem anderen Moni-Zeig-Video vorbei. Da habe ich alle Parks-Exclusive-Charms gezeigt. Aber hier seht ihr auch noch mal ein paar. Aber wie gesagt, da steht es auch Exclusive. Also die sind, ja, wie gesagt, Parks-Exclusive. Aber schaut mal in einem anderen Video genau vorbei. Moni, zeig doch mal die Kette mit dem Disney-Schloss. Also ihr meint wahrscheinlich die, die ich auch habe. Das ist hier die. Die gibt es auch noch mal in Gold. Hier im Fashion sehe ich sie aber gerade nicht in Gold. Aber sie gibt es auf jeden Fall. Im Emporium und wo es halt über Schmuck gibt. Und sie kostet 25 Euro und ich finde sie mega schön. Also ich liebe diese Kette. Kann man immer anziehen. Genau. Und das war mein Moni-Zeig-Mal-Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wie gesagt, beim nächsten Mal im Juli wird es wahrscheinlich kein Moni-Zeig-Mal geben. Ich muss mal schauen, weil wir da nur einen Tag da sind. Und sowas ist natürlich immer schwierig unterzubekommen. Aber ich schaue mal. Ich gebe mein Bestes und entscheide das spontan. Wenn ihr dabei mitmachen wollt, dann folgt mir einfach auf Instagram. Verfolgt meine Storys. Da kommt dann immer die Fragebox. Und dann könnt ihr mir euren Input geben. Und es kommt dann im nächsten Moni-Zeig-Mal-Video. Ansonsten im August haben wir noch kein Datum, wenn wir hier sind. Aber dann wird es auf jeden Fall auch wieder ein neues Moni-Zeig-Mal geben. Denn das Format kommt eigentlich ganz gut bei euch an. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen, dann das mit einem Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.